Sie werden mit den Kollegen von Hessen auf und haben mit den Kollegen von Schärven und von DFAZ, von der Aufenthalter und von Ritter, von Schäffler, von Schärven, von Sumitomo, von Wolf. Herzlich Willkommen auf der Piazza. Und natürlich begrüße ich auch an Johann Horn, unseren Hauptredner heute auf der Kunstgebung. Wir befinden uns in einer stabilen konjunkturellen Entwicklung. Die Arbeitnehmer tragen mit den durchgesetzten Tariferhöhungen der letzten Jahre den Aufschwung in Deutschland.